Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zum TOGETHROR Mit dabei ist er hier Hallo Er guckt hier grad schön den Boden an Er sieht wirklich berauschend aus Hast du schon gesehen was ich alles neu gemacht hab? Wann denn? Habe ich ein paar Speedvideos gemacht Also komm mal mit Achso ja Das hab ich gesehen Jo Warte mal ich muss was für ein Tor mitnehmen So Ich muss grad was am Ende gerade weg ändern warte mal Ich wollte diese Folge nämlich mal was machen Und zwar wenn wir jetzt hier runter gehen Sehen wir hier einen Freiraum und hier Rohre Und da oben stand eine Kiste Und ja wir werden Heute eine Quarry bauen Ich komm grad von unten wieder hoch Äh Leute auch da bist du runter Jo Und zwar Boah hab ich in die reingeräumt Was hast du denn eigentlich hier gebaut? Was ist das eigentlich? Das ist meine Quarry Die Macht was? Die baut uns Rohstoffe ab Achso Ach geil Warte mal ich muss grad stumm Ich hab grad sprach mit was geschickt Das ist total für den Arsch Da ist er Meiner läuft auch Meine Logitech Die haben einen extra Adapter dabei gehabt Ja Das ist halt nicht Scheiße Ich brauch die Ich brauch Goldpipes Ja Ja Professionell Gleich Gleich zu Beginn So Was sind denn das hier für Türen? Äh das sind Türen Die kriegst du nur mit Schalter auf Und zu Da fehlt ein Knopf Nein der ist in Ja und außen Achso Aha Der nette Mensch hat mitgedacht So jetzt brauch ich hier die Landmark Dann mach ich so Und lauf mal kurz hier hin Was ist das hier für ne Umrandung? Wow Hier oben Was ist der blaue Strich? Ja Das ist von hier unten von meiner Landmark Damit ich weiß wie weit ich die Quarry bauen kann Also Höhe und Länge und Breite und Fick dich Ich Ich muss mir nochmal stumm stellen die F So das muss weg Dann drücke ich hier drauf So jetzt haben wir unsere Umrandung Und dann stell ich Hier die Quarry hin Und damit sollten wir ganz viele Rohstoffe haben und ganz viel Kabel Theoretisch Aber der Kabel wird direkt aussortiert Das habe ich mich schon vorbereitet Äh in der Voidpipe Damit wir nicht ganz so viel haben Und der Rest geht halt So Ich bin wieder nur für dich da Und für euch Für den Rest der Welt Hallo Hallo Das ist wieviel so geil das HZ Das ist ein Das ist von Racer Also das ist ein Nein so geil Hm Hm 80 Euro gekostet Das ist so geil Oh Wenn ich Musik gehört habe über mein Handy habe ich immer so Bassbooster angemacht Ja den brauche ich jetzt nicht mehr Hm Du musst hier die Dinger dann noch mit irgendwas antreiben Äh ja Ah ne da musst du irgendwas reinmachen Kohle glaube ich Oder irgend sowas Nein nein das sind ja Oder hier die Reds sind ja Oder hier die Reds sind ja Oder waren die mit Schalter hinten dran Wie ging das Ich hab keine Ahnung Ja ich überleg grad noch Nicht stören Was ist Was ist das was du im Speed Video gebaut hast Wo du das ganze Keine Ahnung was das war Oh Wo ist denn das Wo hattest du das hingebaut Wo war denn das Das war hier hinten Yo Oh das ist ja gut schon dekoriert Ah ja ich muss Lever bauen Obwohl Hier haben wir Engine dran Äh Jetzt muss ich nur wissen wo die Kabel sind So So das heißt Äh Einmal Zack Hier rüber Wie weit hast du schon gebaut Yo Das ist halt Sehr sehr schnell So das Ding spuckt 400 EU aus Yo das wird noch ein bisschen größer Du hast ja schon die ganzen Berge hier eingenommen Jo Das wird halt so Art äh Dings Turm weißt du Dekorativer Turm Hm Hm Der irgendwann mal Sinn hat Hm Baut denn der ab Baut der schon ab? Hm nein der braucht Saft Wo führt denn das hin? Das Lager? Äh die Pipe führt ins Lager Ah ne Ah ne Ah hier in die Riesen In die kleine Riesenkiste Hm In die kleine Ach hier unten war das Maschinenlager Genau Jetzt hab ich's Ja Was ist ein Was ist Reaktor? Was Wieso? Weil wir jetzt einen Reaktor haben Macht der? Äh da können wir später auch Dinge dran anschließen Ah Wegen Energie oder was? Hm Jo Der tut auch nochmal Der tut halt statt äh wie jetzt Er macht ja EU Und der macht halt RF Achso Professionell runtergefallen Ich hab mich mit den Dinger nicht mehr aus Ich hatte das auch mal Im Mod Ja das ist schon Praktisch Also jetzt kann ich mich hier rund her Düt 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 Sonst würde ich gerne helfen Aber ich hoffe der baut nicht auch da oben ab Nein der baut nur in diesen Rahmen aus Den ich jetzt genommen hab So Halt es auch weg Wieso? Ich geh ein bisschen fahren Ähm Wo war denn die Mine? Ähm Ich hab keine Minimap Ich hab keine Minimap Ich hab keine Minimap Hm MJ Okay Es wird'n Spaß das zusammen zu bauen So die PC auseinander und wieder zusammen Hm Jetzt muss ich mal kurz was gucken Ich suche mir jetzt einfach irgendwo anders was Wo 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 ist So das 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 Ich hätte noch Soll ich da unten einfach einen kleinen Reaktor reinsitzen Wie kann man eigentlich den Hammer den du hier gemacht hattest wie kann man den reparieren würde ich gern wissen oder mit was hast du das zusammengebaut ja mit so Blöcken und ja Blöcken Power-Tab 1 2 3 also 4 4 Euro ach ja hab ich was gefunden finde ich schön oder dass es Chatback gibt finde ich auch sehr praktisch 3 4 jetzt haben wir schon mal den Rednet-Port jetzt brauche ich noch den und dazu brauche ich das schön so ich brauche den jetzt und brauche ich ein Diamant und Leo DeLorium ein Diamant und zwei davon so das heißt wo ist er da ist zack oh ein Skelett habe ich einen Bogen dabei kann ich dir nix sagen so dann haben wir das Ding jetzt brauche ich den noch da brauche ich eine Chest und einen Pisten toll ich habe nicht genug Holz mit willst du mich verarschen nehm einfach das Kabel sollte ich genug haben jetzt gehen wir wieder auf den drauf auf den und machen so sag mir doch dass ich Eisenerz brauche 1 so ich kann sogar gleich eine Chest mit bauen so ich kann sogar gleich eine Chest mit bauen so ich kann sogar gleich ein bisschen das